Hallo und willkommen zurück. So, Weapons. Die Nerven Materials. Stimmt, wir brauchen hier Copper. Können wir uns noch irgendwas leisten? Was kostest du denn? Gerade und eine fettere Box. Wir machen es einfach. Wir machen das einfach. So. Ich würde sagen, das ist das Abenteuer. Longfin Redfish. Was haben wir denn? Wir sollten jetzt erst mal nach Darm gehen. Nahkampf. Wir kommen jetzt dahin, wo wir hinwollen. Hier haben wir Sauerstoff. Oh. Wir werden es rausfinden. Ah, es ist ein Kochbott. Kochbott möchte ich gerne haben. Hier haben wir noch. Ah. Wieder hin spänen. Entschuldigung. Spann dich mal. Munition. Ich hoffe, wir finden noch. Ah, hier war so ein Ding. Okay. Das greift uns eklig an. Oh, hier war noch ein Hai. Ah, ein Hai möchte ich jetzt erstmal nicht. 42 Meter. Ich habe aber noch einiges vor. Ich habe noch einiges vor. Wow, äh, ist das ein Platz okay? Von der Seite. Okay. Alles klar. Hä? Irgendwas gehört, ja. Octocobra-Board. Okay, jetzt können wir erstmal noch Fische jagen. Ich hätte gerne noch irgendwas Schmackhaftes. Zum Beispiel euch. Oh, dreckiger. Ich habe doch hier auch nur noch eine Flasche gesehen. Ja. Jetzt sind wir einmal voll. Was haben wir denn hier? Kupfer. Ah, so sieht also Kupfer aus. Gut. Jawoll. Baseball-Keule für Unterwasser. Wir brauchen noch Nahrung. Jetzt Luft. Wir können eh noch einen runter. Das ist auch nochmal Luft. Jetzt können wir erstmal sammeln gehen. Alles gut. Wo ist denn, Herr Puder? Jetzt ist es nochmal so. Aha. Aha. So war das. So. Anschluss-Schwert. Immer mitnehmen. Mitnehmen, was geht. Komm her. Hä? Wir müssen doch die Leute bedienen. Komm her, ja. Du, nicht mein Freund. Was ist das? Komm her. Komm her, mein Freund. So nicht. Wir überladen uns natürlich erstmal komplett. So. Ah, hier mitnehme. Ich habe ja noch mehr von diesem blauen. Was gibt es denn hier unten? Hier gibt es auf jeden Fall noch Zeug. Baseball-Keule haben wir schon. Das ist weg. So, noch eine Menge Zeug. Das ist vergiftet. Das ist schön. Komm her, mein Freund. So, Kochbord. Ich nehme mich. Muss ich das Zeug verkaufen? Kann ich einen Stachelfisch so übernehmen? Dann muss ich warten, bis er sich entstachelifiziert hat. Komm mal her, komm mal her. Nobio. Dann warten wir. Dann plünern wir erstmal. Jawohl. Okay, äh, wie kam ich jetzt nochmal in meine... Ab hier. Was kann man rausschmeißen? Hier. Biscard. Biscard. Okay, ich bin... Denk ich lieber überladen. Ähm. Bringen wir erstmal nach oben. Wir müssen schneller, mein großer Freund. Da sind wir noch. 420. Aber eigentlich könnte man die Crew noch mitnehmen, oder? Bin ich ganz neckisch. Nee, nicht. Gut. Warning. Running out of air. Ja, klar. Kein Problem. Okay. Okay. Okay, ich kann es kaum erwarten, dass er dann checken. Alles klar. Okay. So. Oh, äh. Rockpiles. Okay. Ah, wir brauchen Bomben. Äh. Okay. Ja. Ich muss damit ich verkomme. Kriegen wir. Sie will Power. Okay. Alles klar. Ich brauche einen Bombexperten. Das ist schon richtig. Ohne. Ohne Turrets. Ja. Genau. Lieferryboxes. Alles klar. Okay. Perfekt. So. Das Ding war ganz geil. Und es geht wieder los. Es geht wieder los. Ich feier das so. Ich feier das so ab. Eco-Watch. Ich brauche noch davon. Da, wo, davon. Okay. Was gibt es denn hier Neues? Aha. Okay. Alles. Würde ich sagen. Gehen wir nochmal runter. Güter. Güterchiff, Motor, Kamera lens. Na ja. Zumindest nochmal den ganzen Schrott nach oben, ne? Der unten rumfliegt. Jungfinde. Batfish? Okay. Ich glaube, Kochbots. Blueprint. Häusen. Das Ding ist gut. Die Häusernhackung. Ja, sehr schön. Alles richtig. Noch einer. Oh Gott. Wieder. Noch so einer. Meins. Machen wir es doch ja wie brutalerweise. Ich halte nur noch Munition. Na komm. Bin dir. Ey. Das kann nicht wahr sein. Wie ist das ein? Oh. Hat sich so gar nicht gelohnt. Finden wir hier noch irgendwo Luft? Da oben. Das hat sich so gar nicht gelohnt. Aber guck mal, finden wir noch. Ach du dreckiges Vieh. Weg. 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 Guck mal. Jetzt ist scheiße schwer. Aber, ich glaube wir brauchen das. Wo finden wir Motorenteile? Ich hab keine Ahnung. So, da kann man so schlafen legen mit. Hier ist noch ein Kupfer. Das ist Munition. Okay, jetzt haben wir einen Unterwaters. 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 Oh, hielt auch noch Munition. Vorrangig. Gut. Dann komm, hey mein Freund. Wann das auf den Teller? Na komm. Tja, das ist nicht ganz gerechnet, war Keule? Gut. Nö. Können wir noch ein bisschen mehr holen. Na komm. Hau dich. Du bist Geschichte, Keule. Ich nehm mich mit. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Das ist das Letzte, was ich tue. Na komm. Ich schläft da. Eingesackt. Ah, nein. Häusensack. Jetzt. Jetzt. Na, wir sind fast voll. Häusensackt. Häusensackt. Ist ja aber noch irgendwas schönes im Blueprint. Na dann. Häusensackt. 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 Okay. Häusensackt. 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 Oh, da freut er sich. Gut. Cooking, serving. Oh, serving. Sehr gut. Ich würde sagen, ich stelle mir ein. Die gute Frau. Machen wir jetzt mal die Liste fertig. Checking over to a half. Okay. Ja? Yoko? Ich will kein Geld, das ist gut. Ähm, higher stuff, ja. Äh, dining area kitchen. Okay. Collect. Ja, das habe ich verstanden. Könnte ich sagen. Gut. Ähm. Ne, open nicht. Ich möchte jetzt erstmal... Menü. Den... Können wir aber richtig viel rausschmeißen, ne? Was haben wir noch? Äh, wir fangen mal an. Wir haben davon... 30. Nur 11 Stück von raushauen. Aufs Menü. Okay, wir fangen von oben an. Also, 15. Ja. Wohin? 17. 10. Ey. 20 und 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. Dann holen wir dich noch raus. Den sind wir da. Da... Oh, oh Gott. Gut. Ähm, research. hier habe ich nicht wo können wir suchen lassen was kann ich damit machen was können wir damit machen ist das so gewollt oder sollte man das behalten ich weiß es nicht wir behalten das erstmal interieur können wir noch irgendwas machen ich würde gerne jetzt gucken wir mal die büge auf hier und ab geht's ich glaube ich muss jetzt nicht hier einen einzelnen zuweisen das ist scheiße ich glaube ich könnte noch nicht für die küche gebrochen ich mache den Tee schnell los laut mein stabiler Paul gut ich brauche noch wenig für die küche ich muss auf ihn anheuern jetzt wird es stressig das war hervorragend das war sehr hervorragend damit werde ich die folge auf wir sind nach dem nächsten Video bis denn ciao So.